Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Fall von Deckerleid mit dabei wieder und ein Yoshi so ja ich räume hier räume die Kiste da leer deine Kiste automatisch kräftigen Bench kommt da hin der hier weg da hat er hier alles opt-logs gemäß aggetrennt jawoll das machen wir so du kannst aber Gemälde machen könnte ich auch machen, hätten wir Leder haben wir nicht ähm warte mal kurz, äh, Gemälde äh, ach nee, da brauche ich aber was Wolle ach, wir haben ja nur, ach, wir haben aber nur zwei Wolle, ne na, haben wir eine Schere ja man muss kurz ins Dorf fahren, das sind Schafe stimmt, wir hatten ja alles dort vorbereitet damals genau gut, dann nehme ich mal, ähm, die Güterlohre äh, Truhe du kannst weg äh, aber ich brauche trotzdem die Schere wo habe ich denn die Schere hingetan? äh, ne, muss ich wohl eine neue Schere craften das ist ja auch gar nicht das, was ich wollte mh, Eisen boah, wer hat denn das Fleck hier schon wieder gemacht? was, der Fleck? ja, hier, das da, das ist voll achso, das ist das, wo der Creeper explodiert ist und dann haben wir das Ding dann einfach nur aufgefüllt äh, wer jetzt runterfällt, der ist tot ok, ich muss drehen wir mal um haha ja, das jo, das geht tief ab mh 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 die Pizza war übrigens sehr lecker muss ich ja sagen mit deiner Pizza eine Pizza, Pizza so, was wollte ich jetzt haben? ich habe eine Schere äh, ich wollte eine Güterlohre mehr holen genau ja mh so, dass David nur sein Ding hier hat was? äh, Gü- äh, na super, ich will Güterlohre eingeben und äh, bin gerade abgeräumt Gü- Güter ach, jetzt geht falsch eingegeben noch, falsches Fenster auch noch oh Gü- äh Gü- 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 ach da ok, ich nehme mal eine mit und dann fahre ich mal ins Dorf wir sehen uns, ne? ich bin 20 Minuten weg so da bin ich mal gespannt ja brauche ich ja nur ein paar Gemälde, ne? dann wollen wir mal zum Hauptbahnhof gehen ne, ich bin irgendwie falsch abgebogen, merke ich gerade ach so ne, ne da sind auch richtig gut ausgeschüttet muss ich ja sagen wir haben da gar nichts ausgeschüttet ne, ja genau, das meine ich nämlich damit so ah, jetzt fahre ich erstmal eine Runde Ich halte, dass man keine Looping-Star bauen kann. Stell dir mal vor, es wird... Ja, das stimmt. Aber es wird ja auch nicht funktionieren. Das ist ja alles eckig. Und versuch mal da eine Kurve reinzukriegen, ne? Ist ja alles eckig. Ja, versuch das mal, ne? Haben wir überhaupt... Irgendjemand hat hier schon wieder... Vergessen? Ja, er hat seine Lore für ihr vergessen. Da wird. Wahrscheinlich, dann. Die liegt hier einfach nur rum. So, jetzt haut sie auch noch ab. Bleib stehen, hier. Ich krieg die, ich krieg die. Ich will die. Ja, weil Widder ist die Action. Ja, ja, ja. Falls ihr wissen wollt, wie es... Wie der abgeht. Ja, genau. Wie der Widder abgeht. Genau, der ist gut. Ja, jetzt muss ich den Groß... Eine so eine scheiß Lore liegt dazwischen. Jetzt muss ich den Großteil des Weges alleine gehen. Naja, ich geh meine eigene Wege hier. Haben wir keine Türen mehr? Doch, wir haben noch Türen in der Kiste. In der Tür... In der Kiste, die gleich neben dem Tor... Äh, neben der Tür ist. Jetzt war das, da waren keine... Dann ist es jetzt in der Kiste, die neben den, äh, Workbench ist. Eine Tür. Hm. Wie, ja? Entweder dort oder neben der Workbench. Also, liebe Zuschauer. Wir haben gesehen... Also, ihr habt es bei mir gesehen, liebe. Wir gucken hier rein. Sind Sie Tor? No. Wir gucken in diese Kiste rein. Sind Sie Tor? No. Also, wir gucken mal hier rein. Sind Sie Tor? No. Gucken wir hier rein. Sind Sie Tor? No. Du guckst jetzt echt überall rein, oder? Ja, klar. Oh ja, die Scheißtür. Was willst du denn bauen? Das Haus. Böse Blicke. Nicht an dich, Yoshi. Nicht an dich. Niemals an dich. Aha. Ich merke es mir. Nein, nein, nein. Jetzt... Nein, 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 nein. Hat der was zu verkaufen? Ne, das Magda haben wir nie gefunden, ne? Ach, ähm, Yoshi, wir haben ja nicht mal Schafe. Nee? Nee, wir haben Kühe. Ja, Kühe, aber... Ja, Kühe, Kühe. Und wir haben hier noch ein paar angefangene Häuser. Okay. Dann wollen wir auch noch verdickbauen. Ja. Ah, aber ein graues Schaf sehe ich in der Ferne. So. War das nicht irgendwie Dingeling? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Kann nicht sein. Kann auch nicht sein. Hätte ich sagen können. Aber jede... Ach, da war die Katze. Ach so. Nein, ich habe keine Katzen. Er hat eine Katzenallergie. Habe ich sogar. Echt? Ja, du ich auch. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Naja, ich brauche jetzt nicht unbedingt so eine Muschi da um mir herumschleichen, aber... Nee, sowas brauche ich auch nicht. So, das waren zwei Schafe. Jetzt war das aber gezogen auf Katze. Ja, ja, ja. Ich meinte das auch auf Katzen. Äh, gehst du schlafen? Äh, ja stimmt. Ich habe ja hier... Wir haben ja hier noch unser Hausbett. Genau. Liegst du? Naja, nee. Ich muss ja jetzt mal ins Haus rein. Das sind drei Türen hier. Ja. Und ein Doppelbett. Das sind drei Türen-Chaos gemacht. Den war eigentlich schon Junge. Nee, ich habe gar nicht geguckt. Wir sind ja so selten in dem Chunk. Also stimmt, ja. You can only sleep at night. Äh... Ja, klar. Es ist ja auch schon wieder Tag. Ja, ja. Nee, ich habe doppelt drauf geklickt. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, shit. Ich hätte Druckplatten gebraucht. Maaa. Ach, du hast es aber heute... Boah, ich bin heute auch konzentriert. Ey, das gibt's nicht. Vorhin noch so... Und jetzt auf einmal so... Katzen braucht man ja auch nicht. Wäre dir denn ein Hund lieber? Nee. Auch nicht. Hund muss raus. Ja, okay. Ist auch wieder... Ich bin ein Gamer. Ich gehe doch nicht raus. Ich bin doch ein Gamer. Ich gehe doch nicht raus. So, wir haben... So, jetzt haben wir wieder auch wieder Leder. Ja, aber Schafe sind hier echt Mangelware. Hier ist zwar eine Ölquelle in der Nähe. Öl. Ja, die kann man jetzt in der Nähe. Ja, aber hier im Dorf ist es. Ich bin ja im Dorf. Lerpumpen. Die brauchen kein Öl. Äh... Was wollte ich jetzt noch machen? Ah, irgendwas wollte ich noch machen. Das habe ich noch... Ah, da oben wollte ich noch Treppen hinmachen. Ah, ah, ah. So durch den Wind. Ja, total. Du, ich bin auch gerade total durch den Wind. Also, das... Ich weiß auch nicht, warum. Jetzt muss ich dieses Schaf erstmal wieder auf den Sand schieben. Und ich habe... Komm, Schaf. Habe ich gesagt. Aufhören. Komm, schieb. Schieb. Ja, wer wird das hier? Der schiebende Schaf. Ja. Ja, ich will nur, dass er Schaf frisst. Kopf runternimmt und dann alles aufisst. Ja, guck mich an. Oh, der schiebt ein bisschen. Na, komm. Ach, das Schaf ist ja echt. Das ist ein dummes Schaf. Das Schaf ist auf jeden Fall dumm. Es gibt viele legendische... Das heißt, der Schaf. Genau, das heißt, der Schaf ist dumm. Der Schaf ist dumm. Nee, aber das Schaf... Der, die das Schaf... Das heißt eigentlich immer das Schaf. Weil man den nicht erkennt. Oh, das hat mich eben ein Großteil meiner Lebensenergie gekostet. Hä? Was? Nee, mein Jetpack ist leer. Deswegen. Aber ich komm... Na, wie viel hab ich jetzt? Äh, zwei und zwei. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall für ein paar Gemälde, die wir dann da aufmachen. So, und jetzt geht die Brunnenfahrt wieder weiter. Bis zum nächsten. Ja, so lange dauert es ja nicht mehr. Bis die Vollzende ist. Ja, ich glaub, bis zum Ende der Folge komm ich sicherlich noch im Haus an. Und in der nächsten Folge crafte ich dann für euch ein paar Gemälde. Nein! Ja, aber solche Bilder, dass es dann für FSK 18 reicht. Ja, ja, da muss man echt... Ich fange abfeiern gerade so. Ich stelle mir das gerade vor, so irgendwelche Bilder dann... Oh, ich hab's leider nicht geschafft in den drei Sekunden. Okay, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.